Moin moin, in Destiny ist das mit dem Level so ne Sache. Ihr hier auf Stufe 20 seid, seid ihr eigentlich nur ein halber Hüter. Besonders wenn ihr euren zweiten oder dritten Charakter durch die Story bringen wollt, möchtet ihr sicher nicht unnötig Zeit mit Level Grind vertrödeln. Der hier gezeigte Trick beschleunigt diesen Prozess erheblich, so dass ihr euch ruckzuck wieder auf die spannenderen Aktivitäten stürzen könnt. Was ihr im Hintergrund seht, ist die letzte Phase der Quest, mit der ihr ein neues Fokus-Element bekommt. Dazu benötigt ihr zunächst den rissigen Talisman, den ihr in Kisten in den öffentlichen Zonen auf der Herde Io, Titan oder Nessos finden könnt. Und falls ihr unsicher seid, wie das mit der Fokus-Quest funktioniert, seht ihr ein Video eingeblendet. Kurz bevor ihr eure Fokus-Quest im düster Wald abschließt, erscheint ein starker Gegner. Ignoriert ihn einfach und sucht euch stattdessen eine Stelle, wo die vielen kleinen Schergen spawnen. Stellt euch hier auf einen der goldleuchtenden Flecke in der Nähe und wartet auf die Respawns. Solange ihr auf diesem goldenen Fleck steht, lädt sich eure Super mal wieder sofort auf, so dass ihr unendlich Granaten und Superangriffe zur Verfügung habt. Ihr braucht also keine gute Ausstattung und könnt mit dieser Methode relativ bequeme Erfahrung farmen, bis ihr Stufe 20 erreicht habt. Darüber hinaus lohnt sich diese Stelle nicht mehr weiter. Was diese Methode leistet ist folgendes. Ihr reicht Stufe 20 schnell und ohne auf andere Aktivitäten, wie das Abklappern von Public Events zurückgreifen zu müssen. Ihr füllt ganz nebenbei auch euren Glimmergeldbeutel auf. Die Methode ist aber kein Höhlenfarming wie in Destiny 1, ihr könnt also keine Ingramme abstauben. Während meines Tests droppte nicht einen Ingramm, nicht mal ein grünes. Auch Glanz in Gramme könnt ihr hier nicht sinnvoll farmen, weil das Level nach Stufe 20 an dieser Stelle zu langsam ist. Aus diesem Grund hoffe ich, dass Bungie milde zeigt und uns diese Stelle lässt. Sie stört eigentlich niemanden in der offenen Welt und gibt neben dem Levelboost keine weiteren nennenswerten Vorteile. Seid ihr fertig, schließt eure Fokusquests ab, indem ihr den starken Gegner tötet. Das war mein kurzer Boost-Tipp an dieser Stelle. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Ich wünsche euch weiterhin noch viel Spaß mit Destiny 2. Macht's gut und bye, bye.